Hier hin Und knallen dem ne Kugel in den Schädel Ach komm, am Arsch Joa, Platsch So, dann bleib ich halt erst nochmal hier Oh, verdammt Ach komm, verreckt doch Ihr kleines Bastis, ey Diese kleines dickgeschweig Verreckt Verpiss dich, ey Zack, nächster Oh, was, der sich hinverkrümelt Oh, verdammt Nee Geht immer ruckzuck Das hat nicht lange gedauert, was? Vielleicht sollten Sie ein wenig vorsichtiger sein So Was den da oben betrifft Treff ich Oh, scheiße Cool Na ja, klar, dass ich da nicht durchkomme So So, versuchen wir es diesmal hier von rechts Na los Ich hab Zeit So wohl nicht Scheiße Jetzt muss ich gerade da nachladen Nee Ich hab keine Muni mehr Scheiße Das ist natürlich blöd Oh, der ist doch tot Gut Hallo Hallo Geht doch, ey Ich dachte schon, das Kommt hier gar nicht mehr Nein Tarnfeld aktiviert So, du hast eine K-Volt hier, was? Tarnfeld aktiviert Jetzt nicht mehr Ach komm Wuuuuh Oh, hab ich den doch noch weggebumst So L-Tag Nee, brauch ich nicht So Wie sowas sagt Hier sind keine Feinde mehr Und trotzdem sehe ich welche Nee War nur eine Lampe Hm Jawohl Sind doch noch welche da Alles klar Na los Komm Dreh dich Dreh dich Na, ich schieße einfach mal Fickse Ich höre etwas Ja, das war dein Genick, Junge Oh, verdammt Sagt er, der Scharfschütze Verdammt, immer im richtigen Augenblick, ne Trottel Oh, cool Nee, da ist noch einer Tarnfeld aktiviert Boah, mit einer Explosion im Rücken gestorben So hinter einem Das hat schon wieder so viel Stil, ne Und dann Tarnfeld aktiviert Hehehe Oh ja Oh ja Gebiet durchsucht So, damit sind wir schon mal im Gebäude Tarnfeld aktiviert Hier gibt's Laut Visor Keine Feinde mehr Passt mir ganz gut Gut Dann machen wir uns mal weiter Ach Der lebt immer noch Okay Ey, jetzt schieß nicht hier wild in der Gegend rum Oh, verdammt Und jetzt mach ich das selber Oh Mann Naja Wusste ich doch, dass das noch ein Feind war Wusste ich's doch So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier hoch So Nein Ah, scheiße Jetzt muss ich doch hier hochspringen Ja Okay Langsam Hören Sie gut zu Alcatraz Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre Eine EMP-Falle Nicht mal EMP sicher Was ist denn hier lang? Wo muss ich denn hier Ach toll, da oben Jetzt kann man da Verdammt Da kann man schon die ganze Zeit Ach so Das war das Geräusch, was ich die ganze Zeit gehört hab Ach Nase juckt So Tür ist zu Hier ist offen Alter, was Wer baut denn solche Gebäude? Achtung An aller Einheit Richtung Und Er ist unterwegs durch das Krankenhaus Ach so Haben mich direkt gesehen Über die ganze Karte hier Über das ganze Gebiet Einmal rüber Ja genau So Ach komm Wo ist der? Da haben wir ihn ja Hat mich gleich von Anfang an gewundert Dass hier so wenige Feinde nur sind Kümmern wir uns erstmal um den da Uh Der war schön So und jetzt sehen auf der anderen Seite der Map Warum sag ich Map? Ja das hab ich glaube ich von Anderen spielen Von wo? Ach daneben ist noch einer Oh man So Der da oben Verdammt Alter Schieb ab Junge Schieb ab Verdammt Ich hab keine Granaten mehr Aber Ich hab Granaten Juhu So So Den da oben hab ich kalt gestellt Jawoll Allein schon Was haben die denn geraucht ey Alter Schwede Das hat mich hier schon wieder fast alles gekostet Ich will mal gerade kurz gucken Ne gut kann ich nichts drauf machen Auch nicht schlecht Ist auch ne Möglichkeit So Zwei sind dann noch in der Mitte Sind das auch alle? Ne Drei So Was haben wir da? Oh Die zwei will ich mal lieber auch nicht aus dem Auge verlieren Die zwei die zwei Nackensilf Der b puede Die zwei BAM! Nr.1 Ja, du bist der letzte Doch nicht Da ist noch einer irgendwo Zwei Gebiet gesichert Da wäre ich mir ja mal nicht so sicher, ne? Oh, was für Idioten Alter, was war denn das Jetzt schon wieder für eine Waffe hier Ja, genau Energie, Tarnung hier aktivieren Und dann erstmal direkt rumballern Noch irgendwelche Überraschungen Gut, sieht nicht danach aus Scharfschütze, ja den habe ich schon längst erledigt Falsche Seite, verdammt Ich will nochmal kurz aufs Dach gucken, die haben hier doch sicherlich Munition irgendwo rumliegen Was war das? Achso, Majestic Majestic Muni, ich brauch Muni Da hinten, zu weit weg Egal, scheiß auf das Scharfschützengewehr In dem Fall Jackal Jawoll Nehmen wir die doch einfach So eine kleine Schrotflinte hier Was ist das hier? Ja What haben wir hier? Ich bin